Ja, hallo, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt zum nächsten Part. Ich habe mal da etwas recherchiert, was hier alles zu bekommen ist an Pokalen und ja. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. Ja, und da habe ich mir natürlich etwas aufgeschrieben. Zum Beispiel Gegenstände. Ja, da zählt natürlich drunter die ganzen... Wie heißen die? Zettelagen da. Briefe, Fotos, Aufnahmen, alle da. Und natürlich auch die Fireflies sind mit inbegriffen. Das sind so Fireflies, Anhänger. Und Gespräche sind das 37. Ich versuche natürlich alle mitzunehmen, die ich finde. Türen aufbrechen sind es 13. Versuche ich natürlich auch alle. So wie alle 5... ...Joke-Plätze. Aber das kommt alle nach und nach. Ich versuche sie alle mitzunehmen und euch... ...zu zeigen. Das sind solche Kleinigkeiten, die ich halt am Rande erwähne. Ja. Achtung, alle Einwohner müssen spät in der Lage sein, die ich aufzunehmen. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Oh-oh-oh-oh-oh. Los. Auf dem Boden. Okay, okay. Scheiße. Zack da runter. Ich hab nichts Falsches gemacht! Endo, verdammt nochmal! Macht uns! Du, scann dich! Sauber! Sauber! Hier ist einer! Nein! Ich bin nicht infiziert! Halt sie fest! Halt sie fest! Augen nach vorne! Okay! Erledigt! Scheiße! Verdammte Scheiße! Halt Maul! Du kannst froh sein! Das passiert, wenn man sich im Abbruchhaus versteckt! Ruf die Putzkolonne! Wir sind hier durch! Wir brauchen zwei Beko und noch zwei für die Kiste! Okay Leute! Hier gibt's nichts zu sehen! Weiter gehen! Ja Sir! Wir bleiben hier! Sie sind unterwegs! Dauert nicht lange! Hier gibt's nichts zu sehen! Was ist das hier? Ihr wisst doch nicht mal, ob er infiziert war! Ey, denn das ein paar Banosen eh! Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte! Und umso mehr die sich wegschleichen! Hey Joe! Hallo! Weißt du schon von Marianne? Was war los? Sie haben sie geholt mitten in der Nacht! Sie sagen, sie ist ein Firefly! Ist das zu glauben? Sprich bloß nicht so laut über die Fireflies! Man weiß nie, wer einen heimlich belauscht! Ja! Ja, da hast du wohl recht! Wo ist dein Mann? Das weißt du nicht! Er hat Lebensmittel abgeführt! Was ist passiert? Was glaubst du? Sie haben ihn verprügelt und abgeführt! Seitdem hört man nichts mehr! Verdammter Idiot! Hätte sich doch denken können! Er hat Familie! Was soll er denn tun? Ja? Und was hat sie ihm eingebracht? Ey Arschloch! Was gibt's hier zu glotzen? Ronny! Halt die Klappe, Mann! Hey Joel! Wir wollen keinen Ärger, okay? Er ist John gut! Er ist hohl! Was für eine Pussy! Ach, leck mich, Mann! Ist das eine Pussy eh? Er hat echt keine Ahnung! Ich hab uns Papiere besorgt! Sie sollten uns keinen Ärger machen! Bleib einfach cool! Bleiben wir doch! Okay! Weiterfahren! Okay! Ausweise bitte! Bitte schön! Was wollt ihr hier? Ich hab heute frei! Besuche einen Freund! In Ordnung! Geht weiter! Danke! Hecht hoch! Nein, wir laufen! Don't fließen! Feuer, bleib! Sie hauen aus! Sie Aaron! Lauf sind wir! Buch müssen verboten! Joel, weg hier! Komm schon! Achtung, diese Silicien müssen ins Bereich! Das ist so, was berassen! Der Luft scheint rein zu sein! Achtung! Checkpoint 3 ist bis auf Weiteres geschlossen. Alle Zivilisten müssen den bereit sein. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Hey, ein Minikit cool. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außenrum gehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe. Toll. Hey Tess, hast du's mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patronie. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahl. Ich hab keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Habt ihr das auch mal geschafft, vorher hier ins Ziel hier reinzusehen? Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Joe, hilf mir mal damit. Nur einmal angetappt. Ach, rechts. Und die Schiene ist von ganz alleine. Seid vorsichtig, da draußen. Sind wir. Ah, okay. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, heute musst du gut ziehen. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Machen wir doch. Bereit? Ja, Ma'am. Na los. Stärke Frau. Echt stärker Frau. Geh weiter. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das ne Fangfrage? Ja, bis jetzt ist es noch nicht so viel zu finden, dass er preistet. Wo ist die Leiter? Du musst ja hier irgendwo sein. Um es kurz zum Knack zu machen. Hier ist er. Hab sie! Nein. Ladies first. Ladies. Du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Euch? Ja hier. Nichts. Ne sto. Ah, mit L3 Taschenlumper. Äh, L3, nicht L3. Hier... Was haben wir denn hier? Können wir irgendwie ranzoomen? Keine Ahnung. Jetzt hier runter. Ja, ist mir schon klar. Okay, okay. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich nassam bleiben. Hier sollten wir durchpassen. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hier lang. Vorsicht. Scheiße. Pass auf, pass auf. Help mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Was willst du jetzt tun? Keine Kugelverrönen. Das würde ich jetzt tun. Komm zurück. Kannst du nicht zeigen machen. Von den Geher gehe ich. Kannst du nicht zeigen machen. Ah ne war er hier. Ja. Er hat zwei Elke drückt. Wir hätten viel Ausmodus. Okay. Okay. Das war ja einfach. Das war ja einfach. Himmel. Heine. Was soll er da machen? Was soll er da machen? Was soll er da machen? Ich meine schon, man muss da nicht jeden umbringen. Ja. Was soll er da machen? Das war ja einfach fließend. Das war ja einfach ein, das war ja auch. We Krsna. Allein. Wir sind gut, Weini. Das war ja vor. Ich habe es mir ein Gefühl. Ich habe mir gedacht, wir sind kleins. Das war ja auch immer wieder. Wir haben uns. Wir nehmen uns. Das war's. Okay, das waren alle. Hoffentlich. Gehen wir zurück in die Stadt. Das war uns doch gewesen. Ach, frische Luft. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Ja, ja, ja. Eigentlich kommt da ein kurzes Gespräch. Oh, ne, ja. Hier lang. Sicher den Eingang. Geht lang. Hier, reich es rüber. Ja, mach halt da. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. Das ist doch eine starke Frau, hast du auch gesehen. Schwing deinen Arsch hoch. Dann los. Mach etwas wollen. Der erste Kontakt war ja schon mal da. Da, hier. Ach, hoch voll. Okay. Dann machen wir mal weiter. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar. Komm. Was ist das? Ist der geil. Hat der Grona nicht. Das ist ein Glitsch. Hier war ein Nachland. Ah. So ist Nachland. Ah, L1. Na, glänzt du mal. Okay. Immerhin. Okay. Mach zu. Okay. 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 Nimm dir die Kugel. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Okay. Hey, süße Lady, wie geht's dir denn? Nicht jetzt, Terrence. Nein, 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 ist gut. Ich hab die Karte da. Nicht jetzt, verstanden? Okay, kann ich machen. Sieht doch nicht gleich so rum, deswegen. Oh, eine ganz üble Straße hier. Oh, oh, oh. Anfassen heißt kaufen. Tess, ist lange her. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Ja. Oh, oh. Schau. Mach ihn alle! Mach ihn alle! Mach ihn alle! Mach ihn alle! Mach dich gesetzte Erwärmung. Ich hab keine Nachbarn. Mach ihn alle! ein Lass dich nicht wahr tun alle die das ist das ist na wo willst du denn selbst auch so weit ist ihr gehört zusammen geht einfach weiter Oh man Wer ist das? Alter Bekannte, frag mich Das sehe ich schon Habe ich schon so mitbekommen Okay Okay Sind da noch schräge drauf Der Typ hat in dieser Publik jede Menge Zeug gehalten Moment Mann Könnte lauschen Ich suche Robert War er hier? Vor einer halben Stunde Er ist zurück zum Kai Da ist er jetzt Wer ist denn dieser Robert? Look for our light Show nach dem Licht Los geht's Lasst uns durch Dreht um und geht zurück Wenn ihr wisst was gut für euch ist Es geht nicht um euch Wir wollen nur Robert Macht euch locker Kehrt jetzt verdammt nochmal um Und geht Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert Mischstück Ich mach dich kalt Wenn du nicht umkehrst Und deinen Hintern wegschaffst Scheiße In Deckung Bereit? Ja Ich gebe Deckung Ziel auf sie Dafür wirst du bezahlen Ich bin ein Ich bin ein Dürf Ich weiß Dürf 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 Unter Die hat einen erlebt. Die beherrscht sind leere Versprechungen. Machen wir dem ein Ende. Mist, hier geht's nicht durch. Hey, hilf mir hoch. Okay, gut. Das ist doch gefährlich. Aber naja, dann schauen wir weiter. Mehr von Roberts Leuten. Ja, ich seh sie. Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt, wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. weiter, weiter. weiter, weiter. Was ich sagen wollte, ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr fünf Zivilisten. Alle gefesselt. Lass mich raten. Eierfleiß? Ja, sie stellten alle an die Wand und peng, peng, peng. Haben alle exekutiert. Scheiße. Ja, so ist es wohl in der ganzen Stadt. Sie nehmen sie in die Mangel. Mein Cousin ist bei denen. Ehrlich? Ja, der Idiot denkt, er kann die Welt retten. Ach, ich hoffe, er lebt. Schauen wir uns um. Mal schauen, was die hier so haben. Falls sie überhaupt hier was haben. Ist ja auch so ne... So ne Sache. Die haben etwas, was ich schon habe. Hm. Na klasse. Warum habt ihr etwas, was ich schon habe? Ach ja. Gut. Wenn wir nochmal runter und gehen dann. Es ist gleich Sperrstunde. Das ist mit Robert. Bei dem kriegt er heute unter. Er macht sich ins Hemd, wenn er allein hier bleibt. Was weiß ich denn. Wir reden mit dem anderen, wir finden... Okay. Jetzt ein bisschen taktisch vorgehen. Schuss! Das war der Garnisch. Das war der Garnisch. Ah, da hab ich die Flasche geworfen. Mann. Oh, da hab ich die Flasche geworfen. Oh, oh, oh. Was er denn? Ah, da hab ich die Flasche geworfen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Irgendwann schlechter Schütz. Auf ehemal. Blöde Anfang. Wollte A, wollte ich die Flasche nicht werfen. Da ist einer. Da ist einer. Da ist der zweite. Scheiße. Warte mal. Oh, Mann. 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 Kann's auch mal nicht fressen. Aber wir haben's sehr gemeistert. Ich hab's sehr gemeistert. Hab's euch gezeigt. Es geht auch anders. Hier ist nichts. Hmmm. So. Und bevor wir hier weitermachen, verabschiede ich mich zum nächsten Part. Ciao. Ciao.